Das war's für heute! Beier dich und finde die Kanone! Na dann! Tja, das hätte man dem kleinen Igel wohl nicht dazu getraut! Boah, so wieder so ein Rusher-Level, ey! Ich hasse diese Dinger! Zumindest in 3D! Damals auf dem Sega war das cool! Ja, aber das ist, glaube ich, sowieso das größte Manko an den 3D-Sonics! Diese unübersichtlichen Run-Level! Und am besten eine ganze Weile nichts drückt! Und das wär fast in die Hose gegangen! Aaaaah, ich Hegel! Na, schaff ich's noch? Muss jetzt ne Punktlandung werden! Kamera, warum hast du dich gedreht? Das war's! Und da verbrennt's noch nicht! Heeeeh! Wir sollten den einfachen Weg gehen! Oh, ein Leben! Wunderschön! Das ist immer die Frage hier mit den Dingern, ey! Ich trau denen alles nicht! So, die sind weg! Hab ich eigentlich schon gesagt, dass ich dieses Level hasse? Eigentlich muss man hier nicht viel machen, aber... Wenn man mal was macht... Kann's ins Auge gehen, so wie jetzt! Naja, das schaff ich nicht! Dann schaff ich alles nicht! Waaaah! Und Sonnig verglüht wieder! Heeeeh! Heeeeh! Nein! Was mach ich denn jetzt schon wieder? Ich mach jetzt hier nur Bullshit! Heeeeh! Wir laufen jetzt einfach da dran vorbei... Zack! Und dann hängen wir uns an die Rakete! So wie ich das vorher machen wollte! Hey! Ringe können wir gebrauchen! Ich habe schon wieder zu viele Leben verballert! Ja, Bullshit! Och, ey, die Kamera Ernsthaft? Was hab ich denn jetzt gemacht? Ich hab doch gar nichts gemacht Gehen wir mal wieder auf Ringe fahren Langsam wird's wieder kritisch Ich muss mich da nicht hoch Och, ey Also, manchmal versteh ich die Steuerung echt nicht Ich drück einfach nur nach vorne und der macht einfach nicht etwa so Hä? Alter, ich nehm gerade mal 19 Minuten auf Und das endet schon wieder so wie im letzten Bart So, jetzt aber Boah Alter, Sonic Muss ich mal hoffen, wenn ich mal langsam 100 Ringe zusammenkriege Oh, danke schön Dankeschön Ufff Entschuldigung Ich bin ein bisschen angespannt gerade. Das sind glaube ich alles Durchgänger. Dass ich gerade keine Ahnung habe, wohin jetzt geht. Ach ja. Doch ey, jetzt wäre er da fast nicht hochgekommen. Garantiert, hier gibt es auch wieder irgendjemand, der das im Schlaf kann. Gut, wenn ich das Spiel jetzt öfter spielen würde, dann könnte ich das vielleicht auch, aber... Ich habe da nicht so wirklich die Geduld für. Glaube ich gerade falsch, oder was sollte das Kreuz bedeuten? Ich laufe doch den Pfeilen entlang. Müsste ja dann eigentlich richtig sein, ne? Oh, immer diese Bumper-Aktion, ey. Lol, was war das denn jetzt? Hm, hm, hm. Gucken, dass wir uns von diesen großen Schleimdingern nicht treffen lassen. Und gleichzeitig nicht runterfallen. Nein! Das ist doch echt nicht wahr. Das ist doch echt nicht wahr. Und ich bin so weit gekommen, ey. Maaah. Was sollte das denn jetzt, bitte schön? Ich habe nichts gemacht. Das ist es ja die ganze Zeit. Ich mache nichts und fall irgendwo runter, oder so. Das Glück war der Weg jetzt nicht allzu weit. Boah, den Gab ist noch ein Rückweg. Da schon wieder. Ich bin direkt gegen die Kante geknallt. Da frage ich mich echt, was soll der Scheiß? Kein Kommentar. Das ist doch echt nicht wahr, ey. Ich kriege die Krise. Ja, 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 mach mal weiter da. Ach, ey, das ist doch echt zum Mäuse melden. Na ja, aber ich habe wenigstens eine gute Stelle, wo ich cutten konnte. Ich diese Glebe, ey. Ja, ich hasse es wirklich. Jetzt fällt da hier auch noch was drunter, ey. Ich glaube, du hast es geknallt. Hallo, Sonic. Glauben schon. Toll. Boah, das war knapp, ey. Schon Angst gehabt, wenn ich nichts mache, dann knall ich diesmal runter. Ich habe viel zu viel Angst, um was zu machen, weil ich dann definitiv wieder runterfall. Oh, die beiden sind weg. Nein, das ist ja so ein typisches Sonic-Level, aber... ...hätten sie da nicht einfach rauslassen können. Hier nehmen wir auch mal lieber wieder die Rakete. Da müssen wir, dass wir ankommen. Hääääh. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Hääääh. Autsch. Naja, sehr viel mehr Ringe wie beim letzten Mal, wo wir da gestartet sind, haben wir aber auch nicht gedrückt. Ach, ey, hier die Stelle wieder. Ich bin wieder drauf reingefallen. Ich muss es doch einfach nur mal lassen. Ich will immer den Ring-Dash machen, aber... ...besser, ich lasse es. In diesem Level sollte ich mich wirklich ein bisschen mehr konzentrieren. Alter. Da hat der Sprung manchmal wegen ein paar Millimeter nicht hinhaut. Ach, ja. Boah, ich hab jetzt gedacht, der kriegt mich. Boah, ich hab jetzt gedacht, der kriegt mich. Ich bin ernsthaft. Häääh. Jetzt gehen wir den Spunny-Gelben. Loool. Mal gucken, ob wir hier besser vorankommen. Ich glaube, das ist nur der Anfang, der sich ändert. Na Ich glaube mit dem Ringe farm, dann kann ich sowieso schon wieder vergessen Das sieht nicht gut aus In dem Level ist echt Konzentration das allerwichtigste Ich habe es schon wieder gemacht, ich sollte es in diesem Level wirklich lassen Auch wenn es teilweise sicher ist, aber an manchen Stellen Wir haben ja gesehen, was ich schon alles verkackt habe hier Echt ey, Sonic Adventure 2, mein Nemesis, oder wie Ich darf schon wieder, dass der da noch so weiterrutscht Obwohl er eigentlich gegen die Wand klatschen sollte Ich verstehe es teilweise echt nicht Da bin ich jetzt schon wieder dazwischen her Ey, das ist doch nicht Und dann sagt einer, das Spiel ist fair So, nix machen Ach ey Oh, nix machen Das springt ja wieder daneben Ach, ist das schön Endlich, ich habe die Stelle geschafft Ich will noch den nächsten Checkpoint erreichen Ach ey Alter Da war jetzt auch mehr Glück als Verstand Na Ach Geht doch Und nun mal zwei Versuche brauchen LOL Ich habe gar kein B gedrückt, aber auch egal Naja, was soll's Gut Jetzt habe ich B gedrückt Ach, ist das schön, wenn es nicht läuft Also eigentlich ein Level Wenn man es einigermaßen gut hinkriegt Braucht man es nur laufen lassen Ihr seht ja selber Das Spiel macht alles von alleine bis auf die Ecke Na, Programmierer? War das so gewollt? Ich glaube es nicht Ich habe es geschafft Ich habe es geschafft Tatsächlich Ich habe es geschafft Komm ich in die einfach so hoch? Natürlich nicht Jetzt geht dem Ende zu Nein, 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 nein Das ist doch echt nicht wahr Bei dem Spiel bin ich doch von Pech verfolgt Ich krieg die Kozeritis Da kann mir jetzt keiner sagen Das war doch einfach nur Pure Blödheit Dass der so scheiße wieder weg springt Das konnte doch echt keiner ahnen Da habe ich mal Bange Bei dem Stück Ernsthaft Warum musste das doofe Viech da auftauchen? Ey, ich bin doch schon wieder fast vorm Ziel, oder nicht? Ey Komm schon Letzter Anlauf Jetzt ein bisschen Konzentration Ist ja nicht so Als würde ich hier die Kozeritis gerade kriegen Ich habe es wieder nicht geschafft Ich habe es wieder nicht geschafft So, da kommt jetzt gleich ein Gegner Dann nehmen wir halt den anderen Weg Der bringt mich sogar direkt hier vorne hin Ja, wunderbar Diesmal ist hier kein Gegner Okay Wollt ihr mich verarschen Das geht noch weiter Ja, nee, ist klar Ach ja, ist das schön Oh, endlich Uff Ja, ja, ja Bin ich froh, dass das beendet ist Wenn du meinst Aber ganz ehrlich Da soll mir doch einer sagen, dass das Level nicht buggy ist Oder das Spiel überhaupt Ja, 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 ja Nee, icharé Ja, 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 ja